Hallo, willkommen zu diesem Video. Ich mache eine Feuerwerksverlosung für Pyro-Kanäle. Und nein, es gibt keine Knallerbsen zu gewinnen, sondern eine ganze kleine Kiste voller Feuerwerkskörper der Kategorie 1. Und in der Kiste befinden sich 50 Feuerwerkskörper in 10 verschiedenen Artikeln von 3 verschiedenen Herstellern. Und zu den Besonderheiten auf meinem Kanal zählt eben auch, es können alle mitmachen, aber gewinnen kann nur, wer die Teilnahmebedingungen erfüllt. Die Bedingungen schreibe ich euch jetzt nochmal auf und der Gewinner soll auch ein Unboxing-Video machen und dann dranbleiben, es gibt gleich noch Veko Silberblüten. Ach ja, und bevor ich es vergesse, die Verlösung ist zu Nikolaus und dann viel Spaß beim Mitmachen und Tschüss, bis bald. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.